Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 15 Minuten Workout, in dem wir unseren gesamten Oberkörper gezielt trainieren. In diesem Workout liegt der Fokus auf Kraft und Muskelaufbau. Nimm da dafür am besten zwei unterschiedlich schwere Kurzhantelbare, damit wir wirklich das Beste rausholen können. Falls du nur ein Bar Kurzhanteln hast, überhaupt kein Problem. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 28-Tage-Let's-Get-Strong-Challenge, das Homeworkout-Programm für weibliche, schlanke und definierte Muskeln. Alle Details und den kostenlosen Trainingsplan findest du auf meiner Website. Den Link dazu packe ich dir in die Videobeschreibung. Bereit? Dann lass uns direkt loslegen. Nimm da für die erste Übung die schwereren Gewichte und komm in eine vorgebeugte Haltung, wobei der Rücken komplett gerade ist und deine Knie leicht gebeugt. Bring beide Kurzhanteln nach unten und zieh sie dann in Richtung Bauchnarbe. Am besten du stellst dir vor, dass deine Ellbogen die Decke berühren. Damit trainieren wir besonders unseren Rücken. Und wir wechseln direkt zu Schulterdrücken. Acht dabei darauf, dass deine Ellbogen vor deinem Körper sind und du volle Spannung im Bauch aufbaust. Sehr gut. Atme kurz durch, leg die Kurzhanteln zur Seite und komm in Bauchlage auf die Matte. Wir konzentrieren uns mit dem Superman in der ersten Hälfte wieder auf die gesamte hintere Kette. Schau drauf, dass dein Kinn in Richtung Brust zieht, um deine Halswirbelsäule zu entlasten. Bei der Hälfte wechseln wir zu Liegestütz. Und wir wechseln direkt zur Liegestütz, womit wir unsere Brustmuskulatur und unsere Arme trainieren. Gerne kannst du dafür auch beide Knie auf der Matte ablegen. Jeder Körper ist anders. Hör auf ihn und wähl die Variante, die sich für die gut und sicher anfühlt. Und lösen. Mit der nächsten Übung brauchen wir wieder unser Zusatzgewicht. Wenn du hast, das Leichtere. Bring fürs Seitheben beide Kurzhanteln seitlich nach oben, wobei dein Oberkörper minimal nach vorne gebeugt ist. Damit trainieren wir vor allem den mittleren Teil unserer Schulter. Sehr gut. Wechsel direkt zur Frontheben, indem du beide Kurzhanteln vor deinem Körper anhebst und langsam wieder absenkst. Versuch dir beim Absenken und Anheben wirklich Zeit zu lassen, damit du deine vordere Schulter auch ordentlich spürst. Und durchatmen. Leg deine Gewichte zur Seite und komm für unseren Hand Release Push-Up wieder in Bauchlage auf die Matte. Entweder du kommst mit gestreckten Beinen hoch oder du entscheidest dich für die etwas einfachere Variante und lass beide Knie auf der Matte. Bei der Hälfte wechseln wir zum Schwimmer. Sehr gut. Wir wechseln zum Schwimmer. Halt Arme und Beine in der Luft und hol alles raus. Sehr gut. Gut und Pause. Nimm dafür unsere nächste Übung wieder beide Kurzhanteln, gerne die schwereren und komm in Rückenlage. Stell beide Füße auf. Zieh deine Schulterblätter nach hinten unten und komm in ein leichtes Rollkreuz. Diese Position darfst du während dem Bankdrücken durchgehend beibehalten, um dein Schultergelenk zu entlasten. Als Gegenspieler wechseln wir jetzt zu vorgebeugten Rudern. Dein Rücken muss dabei gerade bleiben und stell dir wieder vor, dass deine Ellbogen in Richtung Decke ziehen. Sehr gut. Halte deine Kurzhanteln in beiden Händen und mach die bereit für unsere Bizeps Curls. Lass dafür während der gesamten Ausführung beide Ellbogen an deinem Körper angelegt und heb die Kurzhanteln nur so hoch, bis du merkst, dass sich deine Ellbogen lösen würden. Lieber langsam, dafür kontrolliert. Bei der Hälfte wechseln wir zu Low Row. Und wir wechseln zu Low Row, wobei wir diesmal die Kurzhanteln im Untergriff halten. Also, dass beide Handrücken zu dir schauen. Damit ziehen wir noch besser auf den Latissimus, den großen Rückenmuskel ab. Und lösen. Sehr gut. Mit der nächsten Übung trainieren wir unseren Trizeps. Nimm dafür, wenn du hast, das etwas leichtere Gewicht und komm in eine vorgebeugte Haltung. Dein Oberkörper ist parallel zum Boden ausgerichtet. Halt deine Arme im rechten Winkel, nah am Körper und streck sie so weit durch, bis du eine Spannung im Oberarm spürst. Halte kurz und komm dann langsam und kontrolliert wieder zurück. Sehr gut. Die letzten 10 Sekunden. Komm schon, du schaffst das. Und Pause. Für unsere nächste Übung braucht man einen Stuhl oder eine Bettkante. Wir kombinieren Liegestütz mit Dips. Acht auf eine schöne gerade Linie und halte beide Ellbogen so nah wie möglich am Körper. Bei der Hälfte wechseln wir. Sehr gut. Wir wechseln zu unseren Dips. Schultern und Handgelenke bilden eine gerade Linie und entweder hast du beide Beine gestreckt oder angewinkelt. Ganz wichtig, Ellbogen gehen nach hinten, nicht seitlich nach außen rotiert, nach hinten. Sehr gut. Lösen. 20 Sekunden Pause, bis wir mit dem zweiten Durchgang weitermachen. Wir starten wieder mit unserem Liegestütz. Ellbogen bleiben so nah wie möglich am Körper. Spannung im Bauch und acht auf eine schöne gerade Linie im gesamten Körper. Bei der Hälfte wechseln wir zu Butterfly Reverse. Sehr gut. Für den Gegenspieler wechseln wir jetzt zu Butterfly Reverse. Nimm dafür beide Kurzhandeln und komm ans Ende deines Stuhls und bring dein Gewicht seitlich nach oben. Sehr gut. Atme durch und komm direkt hoch. Wir machen weiter mit Side- und Frontheben. Diesmal in Kombination. Acht auf volle Körperspannung und darauf, dass du nicht im Schwung arbeitest. Je langsamer und kontrollierter, desto besser. Sehr gut. Und komm schon, die letzten 10 Sekunden, das schaff mal. Und lösen, sehr gut. Nimm da wieder dein schwereres Gewicht und komm für unser vorgebeugtes Rudern in Position. Gerade Rücken, Spannung im Bauch und zieh, sehr gut. Noch 3, 2, 1 und wir wechseln zur Schulterdrücken, Ellbogen bleiben vor deinem Körper und dein Bauch fest und auf Spannung. Gut gemacht. Weiter geht's direkt mit Kickbacks. Übrigens eine mega Übung gegen Winkearme. Dafür kannst du dir gerne wieder dein leichteres Gewicht nehmen. Alternativ klappt die Übung auch ohne Gewicht. Hör am besten wieder auf deinen Körper und auf die Intensität, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Sehr gut. Komm schon, ein paar Wiederholungen schaffen wir nur, auch wenn es brennt. Wir beißen gemeinsam durch. Komm schon, die letzten 10 Sekunden. Und durchatmen. Wir brauchen wieder unser schwereres Gewicht und kombinieren Bizeps Curls mit Push-Ups. Nochmal zur Erinnerung. Bei den Bizeps Curls sollten deine Ellbogen am Körper bleiben, um volle Spannung zu erzielen. Und wir wechseln direkt zu den Liegestütz. Entweder so oder erleichtert, indem du deine Knie ablegst. Beides ist okay. Versuch dich nicht zu vergleichen, sondern wähl die Variante, mit der du dich gut fühlst. Sehr gut. Kurze Pause. Wir bleiben auf der Matte und gehen in den High Blank. Mit Low Row trainieren wir nun mal gezielt unseren Rücken. Acht drauf, dein Becken gerade zu halten und deinen Bauch fest anzuspannen. Und wir wechseln zur anderen Seite. Sehr gut. Acht drauf, dass dein Becken stabil bleibt und hol nochmal gemeinsam mit mir alles raus. Komm schon, du schaffst es. Und lösen. Super. Wir sind bei der vorletzten Übung und kombinieren Schwimmer mit dem Unterarmstütz. Bei der Hälfte wechseln wir. Sehr gut. Komm schon. Hol nochmal ein bisschen was raus. Wir wechseln gleich. Halte durch. Sehr gut. Und wir wechseln zum Unterarmstütz. Zieh deinen Bauchnöbel nach innen und halte, halte, halte. Es ist die vorletzte Übung. Du schaffst es. Die letzten 4, 3, 2, 1 und absetzen. Meine Lieben, wir sind beim Endspurt. Schnapp dann nochmal die schwereren Gewichte und komm in die vorgebeugte Haltung. Handrücken schaut nach hinten. Rücken ist gerade und dein Bauch auf Spannung. Bei der Hälfte wechseln wir nochmal zu Military Press. Und wir wechseln. Hol nochmal alles raus. Es ist die letzte Übung. Denk dran, deine Ellbogen vor deinem Körper zu lassen und gib alles. Sehr gut. Du schaffst es. Komm schon. Die letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Und lösen. Gut gemacht. Gratuliere. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, dein gesamter Oberkörper brennt und es fühlt sich einfach nur gut an. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, um am Laufenden zu bleiben. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welche Workouts oder welche kostenlosen Homeworkout-Programme du dir vielleicht als nächstes wünschst. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos oder Workout-Programme wiedersehen.